Leute, heute möchte ich euch ein neues Survival-Item vorstellen, was geleakt wurde. Könnten wir eventuell schon zum fünften Geburtstag, sprich in Season 20, in Apex Legends erwarten. Es klingt sehr interessant und kommt der Tatsache sehr, sehr nah, dass es eine ultimative Fähigkeit natürlich kopiert, was ich interessant finde, aber ich hoffe, das wird jetzt nicht überhand in den nächsten Jahren in Apex Legends nehmen. Was könnt ihr in den nächsten Tagen noch erwarten? Ganz, ganz wichtig. Ich werde im morgigen Samstagsvideo über ein Revenant-Event sprechen, werde dort auch den zweiten Gewinner für die 6700 Coins bekannt geben und die dritte finale 11500 Coins Verlosung starten. Und es gibt noch ein paar andere Season 20 Videos. Freut euch da drauf. Aber am Sonntag, Kernpunkt seit über vier Jahren, traue ich mich mal wieder an ein neues Tipps und Tricks Aiming Guide Video. Ganz wichtig, ich gebe nicht meine Settings preis. Ich habe über die letzten Wochen und Monate eine Menge Settings verglichen von Imperial Horror, Gentburton und wie sie nicht alle heißen. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp von Prise Salz für euch, mit dem ich ein bisschen kommuniziert habe. Ich werde über ihn ein paar Worte verlieren. Freut euch drauf. Da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich werde auch seine Settings ein bisschen anreißen. Alles mit Prise auch abgesprochen. Soweit freut euch da aber mal auf Sonntag. Da möchte ich noch nicht zu viel erklären. Vier Jahre ist es jetzt her, dass ich darüber mal gesprochen habe. Ich zeige euch Standard Settings, wie es bestimmte Pro Gamer nutzen, von denen ihr wahrscheinlich nicht gedacht hättet, dass sie sie so spielen. Und Advanced Settings habe ich auch ein paar für euch. Ich habe da eine Menge verglichen, Mittelwerte gebildet und möchte euch einfach mal zeigen, was es da zu beachten gibt. Und dann gibt es in den nächsten Tagen auch noch ein extra Settings Video, was ihr im allgemeinen Settings Bereich verstellen könnt. Und bestimmte Sachen, die es euch im Leben von Apex Legends auf jeden Fall ein bisschen einfacher und besser gestaltet. So, Leute, jetzt kommen wir aber mal hier zum Kernpunkt. Ein Teleport Survival Item wurde geleakt. Anfänglich dachte ich, Mensch, das klingt ja echt geil. Du findest ähnlich wie den EVEC Tower irgendwo auf dem Loot Pool oder im Loot Pool ist halt ein Survival Item ein Teleport. Ein mobiler Teleporter, den kannst du dann nutzen, teleportierst dich irgendwo hin, freust dich deines Lebens. Aber ich sehe ein wenig kritisch auf diese Geschichte, denn, wie gesagt, es klingt geil, aber damals, als der EVEC Tower rauskam, damals, so lange ist es noch gar nicht her, dachten viele, Valkyrie ist jetzt useless. Die Pickrate, würde ich behaupten, ist tatsächlich ein Stück weit zurückgegangen. Dieses Survival Item ist sehr, sehr effektiv. Ich sehe aber irgendwo die Befürchtung, jetzt ist ja ein mobiler Teleporter eigentlich auch ein ultimativer Ability-Ersatz für Ash. Und seien wir mal ehrlich, Ashs Fähigkeiten im Mittelpunkt sehe ich jetzt weniger den Teleporter, eher die passive und die taktische, finde ich, wenn man selber Ash spielt, sehr, sehr effektiv. Ich habe festgestellt, dass man bei Ash tatsächlich in extremen Hektik-Situationen vielleicht ein Escape-Teleport aktivieren will, dann knallst du dir das wahrscheinlich zwei Meter vor deine Füße, weil eine verdammte Pflanze oder irgendein Stein im Weg war. Das hat mich schon immer genervt. Aber das ist jetzt nicht Mittelpunkt des mobilen Teleporters. Ich sehe eher kritisch, wenn wir über die Jahre jetzt immer mehr Survival-Items bekommen, die irgendeine ultimative Fähigkeit ersetzen, die dann alle anderen Legenden auch irgendwo einsetzen können, dann macht das die Legenden-Fähigkeiten. Gerade weil es eine ultimative Fähigkeit wie mit Valkyrie, mit dem Evac Tower und jetzt ein mobiler Teleporter und Ashs ultimativer Fähigkeit. Das sehe ich ein bisschen kritisch, wenn jetzt über Zeit bestimmte Legenden vielleicht nicht mehr ganz so brauchbar gemacht werden, weil ihre ultimative Fähigkeit in ein extra Survival-Item gepackt wird. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Interessant wird es auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob es kommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es passt. Auf jeden Fall rein. Keine Frage. Aber mal sehen. Leute, wie gesagt, morgen gibt es die Auflösung für den zweiten Gewinner und Start der Verlosung von 11.500 Coins. Freut euch auf das Sonntagsvideo mit dem Aiming Guide. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da einschaltet. Dieses Video geht auf jeden Fall ein Stück weit länger, falls ich das noch nicht erzählt habe. Verbleibe jetzt mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch einen geilen Start ins Wochenende. Haut rein. Ciao.